Hey Kumpel, gut, dass du da bist. Ich muss mit dir reden. Die sind hinter mir her, verstehst du? Ich meine, was wollen die von mir? Kannst du das verstehen? Oder bist du auch so einer, der ein Problem hat mit einer Schabe? Die wollen mich killen, Mann. Die halbe Familie haben die schon erwischt. Wir sind nur noch 20 Milliarden. Meine ganzen Cousins aus dem Krankenhaus haben die schon erwischt. Meine Brüder beim Fleischer. Die Schwager aus der Bäckerei. Die hatten da voll das lockere Leben. Die ganze Nacht auf Achse tagsüber nur gepennt. Unter der Spüle, unter den Theken, hinterm Kühlschrank. Keinen einzigen haben die erwischt. Aber jetzt rüsten die auf. Diese Schädlingsbekämpfer, wie die sich nennen. Arbeiten mit ganz fiesen Tricks. Da wird nicht mehr Gift versprüht. Nein, da liegen jetzt ganz leckere Köder rum. Du denkst dir nichts Böses, lädst deine Kumpelsfeind zum Essen ein und zack, wieder ein paar Tausend weniger. Es ist furchtbar. Du musst mir helfen, Kumpel. Also, wenn die sich bei dir melden. Ich meine, du hast doch kein Problem mit ein paar Schaben. Ich meine, Kumpel, ich kann mich doch auf dich verlassen, oder? Oder? Oder etwa nicht? Nein! Ich meine, du hast doch kein Problem mit ein paar Schaben. Ich meine, du hast doch kein Problem mit ein paar Schaben. Ich meine, du hast doch kein Problem mit ein paar Schaben. Ich meine, du hast doch kein Problem mit ein paar Schaben.